hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel the walking des no man's land heute das andere spiel von the walking des das war ganz witzig ich hab's gerade schon heruntergeladen ich habe meinen alten spielstand schon geladen und jetzt ja fangen wir an alle weg am rand ja wohl schon gut Müll beseitigen. Da ist auch noch Müll. Ich kann zwei Leute trainieren. Schick war doch den einmal zum trainieren. 10 Minuten. Kein Problem. Waffe aufwerten. Die beiden sind in Benutzung. Die ist viel besser. Wo hat denn keiner die Waffe? Überlebende. Schauen wir mal nach. Kann er eine bessere Waffe nehmen? Ne, kann er nicht. Komisch, komisch. Ah, Stufe 4 braucht erfüllten Waffen. Gibt es eine bessere? Das war das Zeichen, dass man es aufwerten kann. Für besser 30 Minuten. 5 Minuten. Hm. Was weiß man das? 5 Minuten. Geht ein bisschen schneller. Ja. Ich habe zwei Nahkämpfer. Zwei Tanks. Soll ich jetzt mal? Und zwei Fernkämpfer. Ein bisschen unser Aufruf. Was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Jordan. Zwei Sterne Nahkämpfer. Marker. Zwei Sterne Nahkämpfer. Werkstatt. Ja genau. Das war das Zeichen zum Aufwerten. Okay. Wir haben zwei tägliche. Missionen geschafft. Jetzt müssen wir noch schließen. Mission ab. Egal. Schließen. Mission abschließen. Okay. Ähm. Gebäude. Ein Vorwärtslager. Mach ja schon wieder nichts mehr. Gut. Sonst greift keiner an. Shop. Kostenlos. Wo ist er? Oh. Oh. 30 Sperrback. Kostenlos. 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 Gut. Und Sossen. Energie bin ich auch drinnen. Warte nochmal zurück. Warte. Mission. Was war das? Ach wie die hat schon eine. Nachrichten haben wir auch noch gekriegt. Ach ja. Ok. 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 Haben wir die Nachrichten gelesen? Wir brauchen Essen. Ein Überlebender. Ja. Der hat Tränen. Ja. Das ist der Lecker. Ja. Oh. Ich finde dieses Spiel eigentlich richtig cool. Aber hier musst du so ein bisschen Taktik. Taktisch vorgehen. Ja. 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 Ah, das habe ich jetzt zum Öffnen. Mein Kerl, ey. Ah, ich dachte das war's. Oh, wasser. Ach, das ist das? Oh, das war's. Oh, ich hab's. Oh, das war's. und die gleichzeit durchlaufen Die wollen wir natürlich finden. Ich habe sogar eine Kiste. Das hat sich doch gelohnt. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Danke. die auch 30 30 Werkstattstufe 2 ja Nur zur Seite, gut. Nicht so hin, dass es gut aussieht. Ah, ich muss ja auch mal klären. Da ist schon wieder ein Zombie da. Oh. 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 Dann schauen wir mal, welchen wir jetzt aufleveln wollen. Oh, verbessert. Oh. 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 Und die Werkstatt müssen wir aufwerten. Dafür fehlt uns Nahrung. Machen wir Nahrung sammeln oder Kapitel weiterspielen? Was haben wir da oben? Mission Jäger. Mission Jäger. Mission Jäger. Mission Jäger. Mission Jäger. Wir brauchen siebtausend Nahrung. Nein, das war's. Schau mal gleich nach, was bei denen da los ist. Okay, das ist auch schon mal hier. Ah, nicht der. Ja. Einmal alle weggerotzt. Was ist das? Was ist das? Ah, nein. Und jetzt kommen die Zombies. Jetzt haben wir schnell noch einen rein. Und fertig. Es ist eine goldene Truhe dabei. Was ist das? Ja. Komm. Oh, schön. Ja, dafür ist kein Gold mehr. Jetzt habe ich mein ganzes Gold verbraten. Ich schließe alle Tanks, die sie aufgaben ab. Mission abschließen. Ich muss noch vier Missionen abschließen. Okay. Sieben Sachen in Leider. Drei. 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 Werkstatt gut gut das ist gut ich bin beeindruckt okay okay weiter ausbauen das zelt könnte ich ausbauen oder nur die eine stunde wow da ist wieder eins da ist wieder eins was brauche ich jetzt noch ich brauchte ja gerade nur etwas mit 7.000 spiele stufe 8 gut ich muss erst level 8 werden dann kann ich weiter aufbauen das ist kein problem wir machen jetzt einfach mal Kapitel 3 weiter das Team auswählen bevorzugt bevorzugt besondere Feinde wenn ich glaube wäre das dann ist ist dass 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 w das ist einer mit einer Panzerung schnell gehen wo sind alle stärker als ich die 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 das Ding ist kaputt und wieder auf auf den dann wird er nicht gestern ob er nicht überleben sollte Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, da ist noch einer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und warte. Das ist nicht schlimm. Durch. Das war's für heute. Das war's für heute. Noch eine normale Silbertruhe ist noch da. Aber... Freu' nicht. Hab auch kein Geld mehr. Das war's für heute. 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 Oh. 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 Ich hätte von da den forschen können, ja. Oh. 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 Das ist ein... Was ist das? Vielleicht kann man zwei Sterne führen. Das war ja ungeschlagen. Lust? Ich möchte die nächste Runde. Oh nein. Warte mal. Ist doch kein Problem. Dann nehmen wir den Pferdenkämpfer. Sally. Und hier kommt der Pferdenkämpfer. Und ein bisschen die Dinger. Die sind zwar jetzt nicht mehr da zu stark. Mach du mal lieber die Truhe auf. Was passiert? Da. Ach ja klar. Mach's mit dem da. Und du? Sie ist da unten. Ja. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, da war die Bandfaat. Oh, oh. Shit. Shit. Geschafft. Alter, alles klar. Was ist der nächste? Oh, oh. Oh, ich hab auch das Leid. Ach, ich hab kein Gold mehr um die nächsten drei aufzumachen. Naja, egal. Egalig. Ähm, noch den und danach. Okay, warte mal. Wir haben ein Funkgerät. Ne. Wir sind schon auf alle Missionen. Ich kann sowieso keinen mehr trainieren. Alle. Schon ausgebildet sind. Und... Ach, ich darf nicht. Noch einer. Abbrechen. Aber ein Erfolg kann man. Keine Ahnung. Funkgerät, nein. Werkstatt. Ist noch 20 Stunden am Ganger. Okay. Das ist eine Zeit. Das ist eine Ansage. Reddog Reddog Logo. Oh, mein alter Account. Und... Keine Ahnung, wo ich dahin komme. Mit dem war ich so weit gewesen. Oh, alle. Geheil. Hm, alle nicht. Nur einer. 3... 1... 81 Tag. Und der ist besser. Schauen wir mal, was jetzt hier kommt. Ich habe die ganze Quest schon mal durchgespielt. Bis 7, aber... Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her. Hier was die Türen schließen. Und die ganze Titel www.mesmerism.de Auchcript. Chauzen. versuch shrug schlug 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 Das war's für heute. 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 Gut. Das war's für heute.